Musik Hallo Kathrin, du kannst schon langsam mal Platz nehmen. Ich muss nur kurz nochmal telefonieren. Ja klar, kein Problem. Hey, ich bin Kathrin. Und du? Ey krass, Sven Ottke war hier. Kennst du den? Alles okay mit dir? Boah ey! Checkst du nicht, dass ich hier mein Workout mache? Seit zwei Minuten halte ich hier die Beine um. Und du laberst mich einfach voll. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, sich dabei zu konzentrieren? Das wollte ich nicht. Aber das macht man doch eigentlich nicht im Friseur, oder? Ja? 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 Ja. Ja? Ja? Ja, ja? Untertitelung des ZDF, 2020